Im wunderschönen Burgenland, wo einst nach unsere Bühne stand, liegt traurig ein Kartoffelacker, frei von jedem Novarocker. Hey Leute, es ist Schemm von Kaiser Franz Josef. Ja, es ist der Schlo von Black in Hail. Hallo liebe Novarock-Gemeinde, wir sind Please Madam. Let's Hacking Zombies from Outer Space. Ich muss sagen, wir waren natürlich wahnsinnig geknickt und traurig, als wir erfahren haben, dass das Novarock heuer nicht stattfinden kann. Novarock ist ja heuer nichts geworden. Ich habe mir zuerst gedacht, das machen die zu fleißig, damit wir nicht spielen müssen oder so. Oder weil sie uns nicht wollen. Aber dem ist Gott sei Dank nicht so. Die ganze Sache ist nur verschoben und nicht aufgehoben. Wir lassen uns von so einer kleinen Pandemie nicht ganz unterkriegen. Nächstes Jahr dürfen wir auch wieder mit dabei sein. Es ist ziemlich schwierig in der ganzen Szene, aber der Zusammenhalt ist gut und es ist das Wichtigste. Wir freuen uns, dass wir nächstes Jahr dabei sein können und dann sehen wir uns. Hey Leute, ich bin's Daym und zwar gibt's gute News. Wir dürfen 2021 unsere Show am Novarock nachholen. Wir wünschen natürlich allen Licht- und Tontechnikern, Caterern, Veranstaltern, dass sie gut über die Runden kommen. Wir freuen uns, hiermit bekannt geben zu dürfen, dass wir auch beim Novarock 2021 dabei sein werden. But we don't give a fuck. Das Novar-Ticket bleibt im Sack. Ein Sprichwort sagt, was liegt, es piekt. Und das Virus wird zurückgefickt. 2021 dann. See you, gesund bleiben. Freuen wir auf euch. Halt die Füße still. Heuer. Alle Energiereserven auffüllen. Und nächstes Jahr haben wir kräftigst am Novarock 2021 gemeinsam auf die Scheiße. Ich wünsche euch viel Gesundheit, gebt aufeinander acht und ich hoffe, wir sehen uns dann in Nittelsdorf, wenn's wieder heißt, Festival Time. Wir hätten gesagt, nächstes Jahr fette Party. Und deswegen freuen wir uns 2021, Cylon Speer am Novarock. Novarock 2021, urleihend.